Göseng, ich bin der Stefan. Ich bin der Schlosser hier bei der Neuderscher Bergbahn. Im Sommer bin ich hier in der Schlosserei. In letzter Zeit haben wir eigentlich schon coole Projekte umgesetzt und wollen auch weiter umsetzen. Im Winter bin ich im Baumbetrieb über die Kastelsaalbahn im Tal und das ist eigentlich eine coole Abwechslung. Ich bin stolz bei der Neuderer Bergbahnen zu arbeiten. Ich bin seit 14 Jahren im Betrieb. Wir haben sehr viele langjährige Mitarbeiter, ein super Betriebsklima und tolle Benefiz. Ja, grüße ich euch einmal in der Pistenpulliwerkstatt von Bergbahn Neudersch. Ich bin der Werkstattleiter und ich mit meinem Team schaue am Sommer durch, dass wir alle Pistenmaschinen und so 13 Stück, die wir haben, wie der Winterfestcreme. Da sind sie eine Pulli vor, im Winter ein super Arbeitsgerät zu haben. Hallo, ich bin die Manuela. Das ist mein Arbeitsplatz. Ich bin gerne mit Leuten zusammen, Gästen und Mitarbeitern. Ich bin viel mit meinen Kollegen unterwegs zur Arbeit und zurück. Da haben wir es immer lustig, weil wir haben Werksverkehr. Grüßeng, wir sind die ersten Lehrlinge, die die Bergbahn Naurs ausgebildet hat. Mittlerweile sind wir ausgebildeten Seilbahn- und Elektrotechniker. Im Winter sind wir ein paar Stationen und Stationsberiensteten. Und das ist einfach extrem interessant, weil jede Anlage etwas anders ist. Im Sommer sind wir beim Revisions-Trupp. Da macht man die Wartung auf die Stützen, bei den Rollenpatrien, in den Stationen und warten die Fahrzeuge, also die Kabinen und die Sessel. Und unser Beruf ist echt super, weil wir immer in der freien Natur sind und in den Bergen. 2innen und 1 pronounce 2 Paolo 4 5 6 Vielen Dank.